Habt ihr auch manchmal Schlafprobleme? Vielleicht liegt es an eurer Einrichtung. Diese Wohnupdates helfen. Investiert in hochwertige Bettwäsche aus natürlichen Materialien. Sie reguliert die Körpertemperatur. Sanftes Licht hilft beim Einschlafen. Pflanzen sorgen für ein gutes Raumklima. Aloe Vera produziert sogar nachts Sauerstoff. Und wichtige Feng Shui-Regel. Richtet keine Spiegel aufs Bett. So fließt die Energie besser. So fließt die Energie besser.